Das ist ein interessantes Experiment mit einer Plastikflasche und einem Ballon. Du brauchst eine 1,5 Liter Flasche und musst ein Loch ziemlich weit unten hineinstechen. Nimm einen passenden Strohhalm und tue ihn in das Loch. Mache ihn mit Kleber fest. Lass du den Kleber kurz trocknen. Nimm nun einen Ballon, tue ihn in die Flasche hinein und spanne ihn über die Öffnung. Die Flasche ist jetzt fertig zum Experimentieren. Wenn man an dem Strohhalm saugt, bläst sich der Ballon auf. Man kann ihn aber auch aufblasen, indem man in den Ballon hineinbläst. Halte den Strohhalm zu und der Ballon bleibt aufgeblasen, obwohl er oben offen ist. Das ist ziemlich überraschend. Probiere das nochmal aus. Puste hinein und sauge an dem Strohhalm. Viel Spaß beim Experimentieren!